Das 1x3, wie das funktioniert und wie man das richtig übt und so weiter, schaut an den Anfang der Playlist, da ist nochmal eine kleine Einführung. Es geht los mit dem 1x3, stellen wir also das 1x3 ein. Hier, das 3er kommt jetzt, nur Malaufgaben. Ihr antwortet so schnell wie möglich, ich lasse mal eine kleine Pause dazwischen und los geht's. 7x3 gleich 21, 0x3 gleich 0. 9x3 gleich 27, 9x3 gleich 27, 9x3 gleich 27, 9x3 gleich 27, 4x3 gleich 12, 6x3 gleich 18, 4x3 gleich 12, 10x3 gleich 30, 5x3 gleich 15, 2x3 gleich 6, 8 mal 3 gleich 24 6 mal 3 gleich 18 3 mal 3 gleich 9 8 mal 3 gleich 24 9 mal 3 gleich 27 0 mal 3 gleich 0 10 mal 3 gleich 30 10 mal 3 gleich 30 6 mal 3 gleich 18 2 mal 3 gleich 6 10 mal 3 gleich 30 1 mal 3 gleich 3 5 mal 3 gleich 15 10 mal 3 gleich 30 2 mal 3 gleich 6 3 mal 3 gleich 9 5 mal 3 gleich 15 8 mal 3 gleich 24 10 mal 3 gleich 30 4 mal 3 gleich 12 1 mal 3 gleich 3 1 mal 3 gleich 3 8 mal 3 gleich 24 8 mal 3 gleich 24 5 mal 3 gleich 15 1 mal 3 gleich 3 Lassen wir es bis dahin. Ihr könnt es noch ein paar Mal wiederholen und immer wieder. Ich hoffe, dass ihr ganz gut wart schon. Wie geübt wird, wie gesagt, hier nochmal die Links dazu. Grundsätzlich die Variante, wie man überhaupt übt und so weiter. Das ist dann alles da dargestellt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis dann. Tschüss.